Mario Innauer, nach wie vor zwei, drei, der Mauliker Riechen und der Chef Heinrich ist dritter. Ja, da habe ich jemanden gesagt. Bei den Deutschen herrscht große Frustration mit einem 12. Platz in Garmisch-Baden-Kirch. Das schlechteste Ergebnis seit langem. Und wer mal schon so weiß, selbst nicht mal runter, was eigentlich so ist, aber wie ist einmal, Herr Spick, die meine Einfachgehörer ist zugänglich auf die Schmerzen. Ja, ich kann auch schon sagen, mal positiv, das ist so, als Sie da noch haben, ganz andere, so eine Art Punkt, wo die Schrauben, die auch, das ist, wo wir endlich in den Raum und dann eben auch der Punkt, wo du fachswerter Blöder schaffst. Das ist leider gut, dass ich mich nicht mehr so. Dann haben wir fünf, sechs, sieben Schleimende, die jetzt in der Lage sind, für einen Konferenz zu gehen. Nicht nur der Steuer, sondern auch ein paar Jahre. Oh, Lukas Müller. Oh, Lukas Müller. Oh. Oh, ich suche dir die Wünschen.